Willkommen zu einer weiteren Folge Remote Turret. Endlich aus dem Schrank. Der, die das nunne, ist an uns ja vorbeigelaufen in der letzten Folge. Wir werden uns jetzt weiter umsehen und hoffentlich hier nicht gleich wieder begegnen. Wir müssen extrem jetzt aufpassen, weil man sie irgendwie nicht hört. Oder nicht so hört, außer er hat wieder so einen komischen Aussetzer. Langsam kommen mir alle Sachen näher hin. Er ist ja verkleidet, aber es ist die Olle. Ich muss das einfach wieder sagen, das ist so stimmig. Die Musik ist so absolut genial. Das ist so stimmig. Ja, Tür auf. Okay, und tschüss. Wir können uns, glaube ich, wagen. Okay, alles klar. Hallo? Okay. Boah, ist der durchgeknallt. Hey, das ist ja wirklich. Hm? Nein. Nein! Gott! Oh, get back, get back, get back, get back! Ich gehe. Alles klar. Alles klar. Oh, es lebt. Schön. Ja. Was? Sind wir jetzt tot gewesen? Wahrscheinlich schon. Wir haben uns doch... Ich glaube, das war sogar schon in der ersten Folge. Erstmal in der zweiten Folge. Diesen Schacht, ja, habe ich doch gesagt. Kann man da durch. Okay, da sind jedenfalls jetzt Morten. Oh, wie ich das hasse. Was ist das? Oh, der Dachboden hier? Oh, Mensch. Ey. Suche ich mich da eine Stunde. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. 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 Oh Gott. Ich weiss nicht, ob ich hier Antwort haben möchte. Bei so vielen Puppen. Oh. Oh. Oh Gott. Was ist das hier? Sieht so aus, als würde hier ein kleines Mädchen leben, ja, irgendwie schon. Was war das? Ach du mein Scheiße. Neues Haus, neues Geschäft, neues Leben. 1965 beim Auspacken. Ariana und Clay. Ich bin Jennifer. Was? Nein! Hinter dir! Nein! Nein, 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 nein. Bitte was? Ach, ich möchte nach Hause. Was? Das ist jetzt aber ne Frauenstimme definitiv. Was? Was? Bist du? Nein, nein, nein. Nein! Autsch! Hallo? Lebe ich noch? Hallo? Halt. Deine. Ate. Das war's für heute. Bitteschön. Bitteschön. Aber du musst nicht meine Dinge. Meine Dinge sind meine. Du musst nicht. Das... Foto in der Luft. Was ist das? Richard hat es geschehen. Er braucht niemanden zu gehen. Was ist das? Das ist die Tür nicht mehr. Es ist jetzt eine Wall. Eine Wall. Eine Wall. Eine Wall. Du wirst dich finden, was du schaust. Alles war alles gut mit Mami. Der Vater war weg. Oh Gott. Fuck are you keeping me. Ist das Jennifer oder was? Nein, Jennifer hat getötet auf diese... Heißt sie. Nicht Chloe. Brass, wir sind echt angeschlagen. Ein Raum hinter dem Kamin. Ich weiß nicht, ob das DER Kamin ist hier. Oder... Boah, ist die durchgeknallt. Ich weiß nicht, ob das DER Kamin ist. 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 Nein. Ist der weg? Ich weiß nicht, ob das DER Kamin ist. Oh, das ist so scheiße. Ach, scheiße. Erstmal kurz speichern. Ich weiß nicht, ob das DER Kamin ist. Bei der weiß ich auch nicht, ob sie irgendwie gleich... Die Häusern Kühl Nadi ist mit ihrem TV beschäftigt Und der zurück Oh fuck Ich trau dir einfach nicht Hier können wir wahrscheinlich auch verstecken Wir müssen gucken gehen Die hat ja ne Beschäftigung Oh shit Äh, vor wem müssen wir jetzt? Äh... Beide? Eine? 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 Das wird nicht klappen. Wo ist er? Na! Verstecken? Wie ein Loswerder? Haut! Ja, 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 ja. Au, au! Ja, Mist, geil. I found you! Oh Gott, lauf, hey. Und wie kommen wir noch gespeichert? Ich couch dachte ich jetzt, aber ihr seid zu nah. Das letzte Mal kamen ihr nämlich auch schon von anderen Richtung her. Bitte, 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 bitte. Weg! Diesmal hat's wenigstens geklappt wahrscheinlich. Geh weg! Nur die Schritte noch. Geh weg! Puh, meine Fresse. Das Spiel macht mich fertig. Geh weg! So, jetzt versuchen wir mal, ob wir das bei der Leiter hinbekommen. Ach, ich glaub der kommt. Scheiße. Die Tür. Nein, 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 nein. Soll nicht reichen? Mach, mach, mach. F***. Wo ist der? Wo, äh? Ist der hoch? Ist so Scheiße wenn der von zwei Seiten her kommen kann. Na komm, mach. der ist weg boah ey, wir hatten Glück echt Glück wo uns diese Leute dann hinführt was die uns bringt sehen wir in der nächsten Folge bis dann, tschüss